Die Vollsperrung der L39 zwischen Gusen-Neuzittau und Köpenick wird verlängert und damit auch die Umleitungen für die Autofahrer. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen mitteilte, sollten die Bauarbeiten hier bereits am 25. November beendet werden. Doch durch Lieferengpässe verlängert sich die Bauzeit. Außerdem wurden unvermutete Leitungsrohre entdeckt, die nun neu verlegt werden müssen. Der Landesbetrieb baut hier neue Lärmschutzwände. Neuer Termin für die Fertigstellung ist der 3. Dezember.